Ja, Siegfried, das kann natürlich auch sein, dass du mir erzählt hast, dass ihr auch so ein paar Reibereien habt, dass sie einfach ein bisschen die Schnauze voll hat. Weißt du, nur Streitigkeiten, nur Streitigkeiten, kann auch sein, dass ihr das alt ein bisschen viel ist. Was ich eben gepustet habe, weiß ich nicht, ich fühlte mich ebenso erschöpft. Ich habe das in letzter Zeit öfter mal, dass ich mich so platt fühle. Kiki sagt immer zu mir, heizt du das Ohr in den Wechseljahren. Ja, ich bin mental manchmal ein bisschen angeschlagen in letzter Zeit, Siegfried. Ich heule auch manchmal und bin nah am Wasser gebaut, aber das verjährt wieder, Siegfried. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Älterwerden, weißt du? Mental. Ja, ja.